Sehr gut. Nyause. So. Haben wir das? Tada! Das ist komplett. Ein Stern. Ein paar Sternmünzen. Wir speichern das Ganze. So. Kein Komet auf der Karte. Kann weitergehen. Äh, voll. Kurz vor kurz. Wo ist denn? Ne, hätte ich gehört. Oh, hast keinen Brief für mich. Im Moment nie gesagt, einen Brief ist für mich. Na komm. Und so. Ein Sprung ins Badezimmer. Äh, ins Schlafsmart. Nicht Badezimmer. Komm ich jetzt auf Badezimmer. Bullshit. Wir waren in der Sandinsel Galaxie. Und ich fertig. Und los geht's. Nyause. Dup, 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 dup. Äh, jenseits des endlosen Treibsatz. Okay. Schauen wir doch mal. No, no, no. What the fuck? Oh Gott. Och, nö. Das ist ein Seller, den ich nicht so gerne mag. Ai, 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 ai. Pokeköpfe. Ey. Ja. Komm mal her. Kommt her. Oh yeah. Multikill. Und was bist du? Hallo? Ähm. Ah. Das tut mir aber. Ey, tut's nicht weh, weil ich geh. Weil ich geh genau. Wüntert's. Weh. Ey, ey, ey. Jetzt hat er wahrscheinlich wieder. Na komm. Na komm. Natürlich. Das ist ein extrem fairer Gegner. Muss ich schon sagen. So. So. Krieg ich eigentlich auch. Nein, kann ich nicht. Natürlich. Hey. Super. Dumm. Bullshit. Ich mag solche Gegner nicht. die man trifft, damit man muss sie treffen und dann kriegt man trotzdem Schaden. What the fuck. Warum? Okay, ist dann. Da hinten sehe ich schon eine Live Extension. Ja, dass sie unter dem Link lebt, würde ich mal sagen, man kann hier drunter gehen. Oh, hallo. Gummiluma. Wie willst du ein Haar? Molala. Sternteile. Ähm. 20. Komm. Friss und gib mir den Bonus-Stern. Äh, boah, so, dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Transformed. Und. Neuer Planet Volk One, das sieht nicht witzig aus. Ich nehme nur noch ein paar Sterne später mit. So. Und los. Okay, da geht's rein. No. Okay, das sieht. Ey, komm so. Bitch, wo? Was? Soll ich denn mir den Weg irgendwie? Soll ich da hoch? Ja, soll ich? Oh Gott. Wo geht's hin? Ähm. Ähm. Ja. Äh. Nein. Okay, das ist ein Safe-Spot. Ist ein Safe-Spot. Okay, hier kann ich dann nochmal wechseln. Wenn ich wieder will, die nicht hier. Jetzt wahrscheinlich zum nächsten. Das heißt, ich will jetzt... Darum. Okay, das sind nur... Ich will da lang. Okay, okay. 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 Ähm. So, gerade eben bin ich da hochgesprungen. Das heißt, jetzt gehen wir mal da lang. So. No, 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 no. So. Hier lang. Ich möchte ein bisschen vorne halten. Gucken, dass man hier nicht rausfallen kann. Ach so, direkt auf dem Weg. So. Einer fehlt noch. Ähm. Hier war ich aber auch schon. Ähm. Noch etwas hier. Aha. Nause. Der ganze Sand verschwindet. Oh, das ist so ein grün. Oh, der letzte grüne Stern. Au. Oh. Will ich den überhaupt haben? Warum will ich auch alle Sterne holen? Herzlichen. Oh. 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 Hm. Damit haben wir alle grünen Sterne. Okay. Wenn man das Kapitel in ein Bilderbuch hinzufügt, okay. Sieht so aus, als hättest du alle grünen Power-Sterne ein. Da dann das Tor zu den Prüfungen reaktiviert. Das sind nochmal drei zusätzliche Level. Was das Tor zu den Prüfungen reaktiviert, das würde ich wohl erwarten. Ja, ganz viel Spaß. Eine Surf-Challenge, eine Ball-Challenge und noch irgendwas. Also Kram. Ein Kram. Ich habe übrigens Scheiße erzählt, was mir letztens aufgefallen ist. Es gibt tatsächlich noch eine Welt mehr als das Schlafzimmer, nämlich den Maschinenraum gibt es noch. Den müssen wir auch noch machen. Das heißt, das hier ist die vorletzte Welt. Ich bin mir aktuell auch gar nicht sicher, ob es wirklich ein Special wird gehabt, aber jetzt machen wir endlich mal das Level. Also ich mache die Prüfung noch. Ich möchte nur die Galaxie, die Welt hier erstmal komplett abgeschlossen haben. Okay, den Grundstein haben wir also jenseits des endlosen Treibsands. Endlich. Das heißt, ich muss den scheiß Gegner nochmal besiegen, ne? Oh yeah. Eine Münze. Einmal. Zweimal. Na, das waren nicht alle. Vorderhand. Ups, was haben wir jetzt gemacht? Kann ich auf die drauf? Perfekt. Ähm... Ja, genau. Dreh dich einfach nicht, Luigi. Kein Problem. Natürlich. Da geblieben. Kommst du mal her? Oh, ich schaffe die schwersten Gegner in das Spiel und ich verkacke im Moment so in so einem Pisskram. Das gibt es nicht. Okay. Egal, ich wollte die Münze eigentlich nicht ansammeln, aber... Na komm. Raum hoch. Und... Hopp. Na toll. So, weg mit dir. So. Und los geht's. Nios. Und... Da war's. Ja, genau. Ich versinkt ein bisschen nur Sand und... Und wir holen mir das her. So. Hier rüber. Au, ich wollte eigentlich... Was anderes machen. Ich kann aber einfach so machen. Doom. Bullshit. Ach, ich muss jetzt anders rumlenken. Genau. Die Kamera dreht sich auch freundlicherweise nicht. Nicht. Das war knapp. Darunter... Wäre ein... Stern gewesen. Aber egal. Drei Bones. Ist irgendwo schon so ein blaues Ding. Ja. Schauen wir mal nicht. Okay. Den werde ich wahrscheinlich irgendwie brauchen. Ich darf schon blauen. Et, 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 et. Na komm. Na komm. Da drüben sie schon den nächsten. Ähm... Einmal. Ich aber gerne... Einmal... Ich komm nicht mehr zurück. Äh, ich muss sowieso noch ne Runde drehen. Ah, so scheiß drauf. Hier ist der Dry Bones. Ähm... Jut. Dann einmal hier drum. Der Saat. Und ich bin grad voll dran. Natürlich bin ich voll dran vorbei. Na, na. Komm her. Doom. Ich mag sowas nicht. Sachen, wo man so wirklich, äh... Nicht sieht, wo man hin soll. Alter. Sowas kann ich ja wirklich leiden wie sonst was. Nimm mal mit. Das ist Pansy. Mein Pansy. Hm. Und wahrscheinlich muss ich jetzt wieder zum Anfang zollen. No, geht's work. Ist ja fies. Na, komm. Okay. Was soll das heißen? Äh... Einmal grün. Einmal orange. Gibt ja scheinbar bei... Okay. Hm. Okay. Abschnitt, den ich nicht mag. Weil ich hier... Hab ich ewig dran rumgerätselt. Wann das Gegner? Dürfte ich dich berühren? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube hier... Den ganzen Kram gibt's nämlich auch nochmal auf Zeit. Na, hier und hast du ja ein Leben. Wie immer irgendwie. Wow. Wie ich die Knöpfe in der falschen Reihenfolge einfach mal drücke. Gut, wir starten hier. Pff. Äh, kurz mal was testen. Du hast mich. Nein, ich schlade mich die ganze hoch. Okay. Kann ich mir den da aber sparen. Komm direkt hier rüber. So. So, das sieht übrigens komisch aus. Unter der Plattform. Und jetzt muss... Oh Gott. Das ist so ein Bullshit. So, und dann zieht er hier durch. Und jetzt da hoch. Und jetzt das aktivieren. Und auf Zeit zurück. Natürlich lässt sich die Kamera nicht drehen. Warum denn auch? Ja, ja. Okay, jetzt sind die hinderlich. Ich glaube, in der anderen Version sind dann hier noch mehr Gegner. Fugst du wohl? Gib mir den. Ah. Dumm. Okay. Weiter. Weiter im Text. Hm, ja, so. So. Haluigi. Tadam. Speichern. Okay. Machen wir doch glatt. Kannst du mir mal die Karte zeigen? Nix. Gut, hoch. Ähm. Da fehlt noch einer. Und go aus. No, 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 no. No, 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 no. Okay. Äh, die Riesenfalle in der Wüste. Wtf. Okay. Ja. Okay. Und wir starten. Okay. Ach ja. Natürlich. Dann so ein Viech dabei noch. Geht schon weg. Okay, da ist ein Leben. Was interessiert mich im Feuchten? Also Life Extension, die möchte ich dann doch gerne haben. Okay. Okay, das war jetzt nicht sonnlich schwer. Kommt das Ganze scheinbar umgekehrt. Ach nee, ich weiß, was das ist. Genau. Du schon mal her. Könnte ich die damit kaputt machen? Nur kurz kurzzeitig. Jetzt sind überall hier rund um diesen Turm Dinger verteilt. Ich glaube, einer war noch drüben irgendwo. Na, dafür brauchte ich das Viech. Eins war hier irgendwo. Genau hier. Okay. Ähm. So. So. Okay. Ähm. So. Okay. Ok. Ok, das war luck, aber... Wo ist der letzte? Wo hier an der Seite? Ach, da ganz oben. Ok. Gut, gut. Die Treibons sehen mich nicht. Sehr schön. Und... Hopp. Gesammelt. Sehr schön. Ich glaube, ich muss darüber... Und weg. Ja, so. Ne, es ist ein bisschen nah. Ich möchte... Das machen wir. Kann ich eigentlich... Nö, da passt ja nichts. Was ist das? Ähm. 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 Hä? Ähm. Das kostet ein kleiner wird. Okay. Naja. Leben. Ähm. Pokey. Wie mache ich den Pokey kaputt? Ähm. 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 Nehm. Neh. Da nehme ich den Pokey auf. Dann nehme ich die drüber schleider... Ah. Mehrere. Das von hier aus nach... Ja, perfekt. Was ist sonst noch irgendwas hier? Schaut nicht so aus. Sonst nicht, ich werd's schon finden. Achso, natürlich. Das gibt's da jetzt nicht. Warum kickt der die eigentlich nur? Das ist so ein Bullshit, der, glaube ich, aus dem... Super Mario Sunshine übernommen wurde. Boom. Wunderbar. Komm. Wunderbar. So. Kann ich jetzt endlich mal... Super, das ist a Glass Drive. Au. Ich frag mich gerade, ob ich das gemeint machen soll. Danke. Ich könnte auch jetzt nicht schwören, dass der Sand anfängt zu steigen. Natürlich. Nein, das war falsch. Und ums Eck. Und ums Eck. Auf. Auf. Na komm. Na komm. Ops, einmal da durch. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich ein bisschen langsam bin. Da. Auf. Weiter. Wunderbar. Tief. Oh, dum, 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 dum. Dankeschön! Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Hm. Und Luigi starb einen furchtbaren Zerquetschungstod. Erstickungstod, whatever. 60 Sterne. Einfach die Hälfte des Spiels abgeschlossen. Von 120 Sternen 60. Wunderbar. Oder gab es 100? Ne, ich meine es von 120. So. Dann war das auch. Oh yeah. Ein Anfug. Da gibt es noch einen Geheimstern. Ich werde ja nicht mehr. Machen wir erstmal den Kom...